Herzlich Willkommen zu unserer Bibelschule. Wir wollen heute beginnen mit dem Evangelium geschrieben von Lukas. Wir als Christen, wir alle kennen das Evangelium. Wir alle haben diese Geschichten, zumindest ich, von Kind aufgelesen und immer wieder gehört. Deshalb möchte ich, dass wir, wenn wir beginnen dieses Studium in diesem Vierteljahr, das Studium auf etwas fokussieren, was praktisch für unser Leben dient. Weil es nutzt nichts, das Evangelium zu kennen, wenn es nicht praktisch ist. Es nutzt nichts, zu wissen, wie etwas funktioniert, wenn man das nicht üben kann, wenn man es nicht in die Tat umsetzen kann. Deshalb wollen wir bei dem Studium des Lukas-Evangelium die Geschichte nehmen, ja. Aber wir wollen aus der Geschichte die Praxis für uns heute sehen. Weil ich sehe keinen Sinn, eine Geschichte x-mal zu wiederholen, ohne daraus einen praktischen Gewinn zu erzielen. Warum wurde uns die Schrift denn überhaupt gegeben? Warum war der Lukas inspiriert von dem Geiste Gottes zu schreiben? Wir finden es ganz am Anfang, wo er beginnt, zu sagen, warum er geschrieben hat. Und ich lese Vers 4 oder ab Vers 3. So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. So, der Mensch braucht für das, was er im Leben tut, einen festen Grund. Er muss sich auf etwas stützen, was nicht wandelbar ist. Und so hat Lukas dieses Evangelium geschrieben, uns festzumachen in der Lehre, in den Dingen, die wir erkannt haben und unterrichtet worden sind. Das heißt, der Theophilus hatte eine Kenntnis von Evangelium. Und jetzt sollte er das Ganze nochmal richtig Schritt für Schritt vor sich liegen haben, um es umsetzen zu können. Weil welchen Sinn hat ein Unterricht? Welchen Sinn hat eine Lehre, wenn man sie nicht tut? Völlig sinnlos. Etwas zu wissen, ohne es tun zu können, ist nicht, sage ich jetzt mal, sehr gewinnbringend. Nichts, was das Leben wirklich fördert. Es mag den Geist irgendwo kitzeln zu Philosophien und Philosophien zu haben, aber wir brauchen einen Grund für unser Handeln. Sicherlich ist das auch der Grund für unser Denken, aber wir brauchen und müssen wissen, wie müssen wir denken, um zu handeln. So, deshalb ist das Ziel dieses Studiums ein praktisches. Auch für mich, als ich gebetet habe und wissen wollte, wie soll ich dieses Studium angehen. Und als ich mir bewusst wurde, dass durch diese Geschichten erneut zu gehen, ohne sie von einer Perspektive zu schauen, die mich befähigt, etwas zu tun, dann ist es nicht viel wert. Dann wiederholt man etwas, was man schon mal gelesen und gehört hat, aber es ändert im Alltag und im Leben nichts. So, die praktische Sichtweise über das Leben Jesu. Das ist das Ziel. Und ich freue mich, weil ich möchte, dass diese Stunden, die wir erneut verbringen in der Betrachtung des Lebens, uns unseres Heilandes, in der Betrachtung des Planes der Erlösung unserer Seelen, dass wir erbaut werden, dass unsere Füße gefestigt werden, in einer praktischen Art und Weise. So, lasst uns deshalb beginnen mit der großen Frage, warum braucht der Mensch einen Erlöser? Warum war es notwendig, dass unser Heiland auf diese Welt kommt? Warum war es notwendig, dass der Sohn Gottes Mensch wird? Man nennt das Inkarnation. Was war der Grund dazu? Wozu brauchen wir einen Erlöser? Diese Frage hat mich im letzten Jahr, das letzte Jahr war das 51. Jahr meines Lebens und ich bin immer aufgewachsen, also ich bin von Kind auf, ich bin geboren in einer christlichen Familie und aufgewachsen mit der Schrift. Und es ist erstaunlich, dass erst im 51. Jahr meines Lebens mir Dinge bewusst werden von der Notwendigkeit eines Erlösers. Im praktischen Sinne. Noch nie habe ich so viel, ist es mir so bewusst geworden, dass ich einen Erlöser brauche, der Mensch ist oder Mensch geworden ist. Weil ich bin Mensch und ich brauche jemanden, der mir in meinem Mensch sein, in meinem Alltag, in meinem Leben hilft. So, warum braucht der Mensch einen Erlöser? Es ist eine sehr, sehr wichtige Frage und ich bewerbe sie wie einen roten Faden, soll sie uns durch dieses Studium begleiten. Sie soll uns zeigen, sie soll uns zeigen, die Hilflosigkeit, in der der Mensch hineingekommen ist, durch den Sündenfall, dadurch, dass Adam und Eva sich entschieden hatten, das Gebot zu brechen und uns zu zeigen, warum wir in dieser Not sind. Wir haben uns selbst nicht hineingebracht, wir diese Generation. Wir sind die Folge von diesem Fall unserer Eltern. Und Gott kommt und wir werden nicht verdammt werden, weil wir eine sündige Natur geerbt haben, sondern wir werden verdammt werden, weil wir das Angebot der Befreiung von der sündigen Natur nicht angenommen haben. So, es gibt zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Warum brauche ich einen Erlöser? Und wozu brauche ich Gott? Was ist passiert durch den Sündenfall? Und das ganz kurz, wenn das die Frage ist, wozu brauche ich Gott? Gott? Und wozu brauche ich einen Erlöser? Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Erlöser? Und ich denke, durch den Sündenfall, wenn das hier Gott ist, und das bin ich hier als Mensch, so ist durch den Sündenfall, durch meine sündige Natur, die Verbindung hier nicht mehr vorhanden. Das heißt, ich kann nicht mehr zu Gott kommen, um von Gott zu leben. Ich bin abgeschnitten worden. Meine sündige Natur, mein böses Auge, das ich immer wieder verwenden werde, weil es Christus so benennt. Diese sündige Natur, die sagt, ich bin Gott, vertrennt mich von Gott für immer. Ein Mensch, der von sich denkt, er ist Gott, braucht keinen Gott, so wird er nie von sich aus die Notwendigkeit sehen, zu Gott zu kommen. Aber es ist auch die andere Seite, die wir manchmal vergessen, aber die in den Evangelien herauskommt, dass die Sünde auch Gott von uns trennt. Nicht, dass Gott uns in dem Sinne aufgibt. Nein, aber Gott findet keinen Zugang, weil diese sündige Natur den Menschen blockiert. Und Gott hasst die Sünden. Er liebt aber den Menschen. Und so gibt diese Trennung, die aufgetreten ist durch den Sündenfall. Diese Trennung ist eine endgültige, wenn man so will. Sie kann nicht mehr aufgehoben werden, weil der Mensch es nicht mehr kann, aber auch nicht mehr will. Es geht des Nicht-mehr-Könnens. Aber Gott will den Menschen ja nicht aufgeben. Er hat keinen Zugang mehr zu ihm. Er kann ihn nicht mehr wirklich beeinflussen, weil hier jetzt diese Blockade ist. Und die Komponente, die wir auch sehen werden, hoffe ich, und sie vertiefen können, ist die Haltung eines liebenden Gottes gegenüber dem Gegensatz der Liebe, des Stolzes, des Egoismus. Das muss uns auch bewusst werden, damit wir auch hassen können, was Gott hasst. Dass wir eine Abneigung haben, nicht nur eingebaut in uns, so wie Gott uns geschaffen hat, sondern auch bewusst das Böse weg tun wollen in unserem Leben, weil wir es hassen. So, die Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen ist unterbrochen. Aber vor allen Dingen ist diese Kommunikation entscheidend für den Geist, dass er lebt. Weil der Geist lebt vom Wort Gottes, von der Liebe Gottes, die muss er von Gott nehmen. Und das ist jetzt nicht mehr gegeben. Er ist also verdammt zu sterben, verdammt zu sterben, ohne jegliche Chance, dass hier von einer oder der anderen Seite etwas hätte gemacht werden können. Deshalb ist der Erlösungsplan, und er wird uns in aller Ewigkeit beschäftigen, eines der, man könnte sagen, der unmöglichsten Dinge, die Gott möglich gemacht hat. Und dadurch, da Gottes Heiligkeit mit dem sündhaftigten Menschen nicht mehr kommunizieren kann, und der sündhaftigte Mensch mit Gott nicht mehr keine Not mehr hat zu kommunizieren, setzt Gott seinen Sohn dazwischen. Und hier kommt unser Erlöser. Und er hat diese zwei Naturen, weil er ja, er ist Mensch, zu hundert Prozent. Er bedeckt oder er erhöht seine Göttlichkeit in Menschlichkeit. Wie, das ist ein Geheimnis, das wir nicht begreifen können, wie Gott und Mensch, oder wie Christus Mensch wird, wie er seine Göttlichkeit in Menschengewand kleidet. Er verliert seine Göttlichkeit nicht, und dennoch wird er Mensch. Und das ist, ja, also für mich zumindest nicht begreifbar, wie das gehen soll, weil mein Verstand da völlig limitiert ist. Aber eins passiert durch den Menschen Christus, durch den Messias. Wie er genannt wird, hier Jesus, oder Gott mit uns. Der Christus, der ist seine Funktion als Messias, ist Jesus, der Mensch. Hier, hier ist die einzige Möglichkeit des Treffpunktes zwischen Gott und dem Menschen, nämlich im Menschen Christus selbst. Diese Lösung, die Gott alles kostet, sage ich, von dem, was er unternimmt, ist die einzige Brücke, die möglich war. Nämlich, Gott hat durch seinen Sohn mit dem Menschen kommuniziert nach dem Sündenfall, weil dieser vom Anfang der Welt schon das Opfer ist. Der Anfang der Welt ist die Sache schon da. Die Gnade Gottes beginnt nicht erst mit dem Kommen Jesu, mit seiner Inkarnation. Nein, die Offenbarung sagt, dass das Lamm, das geschlachtet worden ist, vom Anbeginn der Welt. Das steht in Offenbarung 13, wenn ich mich richter in den Vers 8, aber ihr könnt es finden, es steht in Offenbarung 13. So, hier die Gnade Gottes, die Begegnung zwischen Gott und Menschen, lief alle die Jahrtausende, seitdem die Sünde begonnen hat, immer über Christus. Es gibt so ein schönes Zitat im Leben Jesu. Wenn bis Jesus tatsächlich inkarniert worden war, das Ganze über Christus lief, diese Leiter, die der Jakob sah in seinem Traum, diese Beziehung Gottes geht durch seinen Sohn an den Menschen, jetzt als Christus tatsächlich inkarniert worden ist, kommuniziert jetzt Gott mit dem Menschen in Jesus, weil er ist jetzt der Mensch. Auch das ist nicht das Einfachste für uns, Menschen zu begreifen. Aber es gibt Stoff zum Nachdenken. Deswegen, es hilft uns. Hier in Jesus, der nie gesündigt hat, hier kann Gott problemlos kommunizieren. Und hier kann ich als Mensch zu Jesus kommen, weil er mir die Blockade nimmt durch das Kreuz. Und hier kann ich als Mensch wieder die Befreiung durch den Glauben finden. So ist Jesus die einzige Möglichkeit, für Gott mit uns wieder in Verbindung zu kommen. Und dass wir mit Gott in Verbindung kommen können, ist wiederum nur in Christus möglich. Bis wir erlöst sind, bis wir eines Tages umgewandelt sind in sein Ebenbild bei der Wiederkunft Jesu, dann brauchen wir keinen Erlöser mehr. Dann ist der Mensch wieder mit Gott vereint. Dann ist die Aufgabe des Erlösers erfüllt. Dann kann ich als Host wieder direkt mit meinem Vater Auge zu Auge stehen und kommunizieren. weil ich frei geworden bin von meinem sündigen Natur, von meinem falschen Auge und ich wiederum wiederhergestellt worden bin in das Ebenbild Gottes. So, die einzige Chance für den Menschen, dass er erlöst wird und die einzige Chance, dass Gott ihn erlösen kann, weil es nicht mehr geht von beiden Seiten, macht Gott etwas. Er macht den Plan, wie er den Menschen doch von seiner Seite erreichen kann. Wie er an Menschen dennoch rankommen kann und ihm die Möglichkeit geben kann, ihn zu erlösen und nicht zu lassen ohne diese Möglichkeit. So, man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, hatte der Satan dieselbe Möglichkeit? Ja, Satan konnte, bevor er endgültig sich verhärtet hatte in seinem Herzen wiederhergestellt werden. Das hat er aber abgelehnt. Deshalb ist für Satan keine Lösung möglich. Er war in der Gegenwart Gottes und Gott konnte ihn warnen vor den Situationen, vor der Gefahr, in der er stand, der endgültigen Verhärtung. Aber er gehorchte nicht, er kam nicht zurück. So konnte Gott mit Satan nichts mehr tun. Dasselbe wird auch mit dem Menschen sein. Jetzt, wo Gott ihm die Möglichkeit gibt, der Erkenntnis, weil der Mensch nicht aus ja, in aller Erkenntnis, die er hatte, sich gegen Gott gewendet hat, sondern weil er betrogen worden ist, hat der Mensch eine Chance, aus dem Betrug herauszukommen und Gott gibt ihm alle Möglichkeiten durch seinen Plan, durch seinen Sohn den Selbstbetrug auf die Seite zu tun und wieder in die Wahrheit zu kommen. Aber sollte der Mensch dieses Angebot wegnehmen und er sich verhärten, in dem Zustand seines sündigen Natur zu bleiben, gibt es auch für ihn null Chancen auf Erlösung. Weil Gott und die Sünde, die Liebe und die Gerechtigkeit sind ein Gegenteil zu Stolz und Egoismus, zur Lüge und zur Ungerechtigkeit. Beide können nicht koexistieren, beide können nicht miteinander existieren. Eines muss das andere überwinden. Und da Gott die Liebe und die Gerechtigkeit ist, wird die Liebe und die Gerechtigkeit siegen und das andere wird vernichtet werden, weil es ja eine zerstörerische Macht ist, ein zerstörerischer Grundsatz, nach dem man sich richtet. Und so bekommt der Mensch so wie Satan auch eine Möglichkeit aus seinem Irrtum heraus zu kommen. Aber diese Möglichkeit ist begrenzt auf, ich sage es mal, sein Leben, begrenzt auf die Zeit, wo er noch die Möglichkeit hat, sich zu verändern. festigt sich in seinem Leben die Überzeugung von dem Ich, von dem Stolz, von dem bösen Auge, dann wird Gott bei aller Anstrengung, die er tut, durch Christus sein Herz zu erreichen, aufgeben müssen, weil der Mensch seine Verantwortung hat, zu hören oder nicht zu hören, sich zu verändern, nachzudenken oder es nicht zu tun. So, der Erlösungsplan ist kein Gewaltakt, der den Menschen mit Macht erlöst. Er wird auch nicht alle Menschen erlösen. Er kann und wird nur die erlösen, die die durch die Gnade Gottes sich haben belehren lassen und willig waren, das Ganze zu verändern in ihrem Leben. Die Einsehen, dass sie sich selbst betrügen, die willig sind zu kooperieren. Das ist das Menschen Anteil. Das, was die Bibel den Glauben nennt. Und wenn der Mensch das nicht tut, dann geht er verloren, trotz der großen Anstrengung Gottes, ein Bindeglied zwischen ihm und Gott zu, also zwischen ihm und dem Menschen zu errichten. So, das ist als kleine Einführung, weil wir müssen verstehen, dass über die Jahrtausende, die 4000 Jahre bis zur Geburt Jesu, man wartete auf das Heil, das kommen sollte. Die Verheißungen sprachen davon und diese Verheißungen waren gegeben, damit der Mensch befreit wird. Es sollte der Erlöser kommen und man wartete auf ihn. In Israel gab es eine Erwartung, dass er kommen sollte und man wusste es. Man hatte auch die Zeiten gesagt bekommen, wann er kommen sollte in dem Buch Daniel und durch den ganzen Plan, das jedes Jahr wiederholt wurde in dem Dienst des Heiligtums und man wartete und was mich einfach fasziniert bei der Geburt Jesu ist die Freude der Engel ich habe mich gefragt wir kommen nachher noch mal ein bisschen zurück auf den Kontext und die Geschichte aber um diesen Gedanken zu beenden über die Notwendigkeit der Erlösung ich habe mich gefragt wieso freuen sich die Engel denn so sehr was ist es was ist für sie der Grund dieser Freude lasst uns das lesen in Lukas Kapitel 2 er kommt an die Hirten die ja man könnte sagen am Rande sind der Gesellschaft sie sind draußen im auf dem Feld und sie sind nicht die Studiertesten wisst ihr wenn man aus einem Land kommt wo Hirtentum bekannt ist ich komme ja aus Rumänien die Hirten waren nicht die klügsten Menschen sie haben ja auch nicht viel gedacht sie gingen raus aufs Feld am Morgen und kommen am Abend oder sie schlafen dann draußen mit den Tieren im Sommer bis sie dann im Herbst die Tiere nach Hause bringen sie waren also nicht da könnte man sagen hoch kultivierte Menschen und zu diesen kommen die Engel und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld die bewachten ihre Herde in der Nacht und sie ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr und Engel sprach zu ihnen fürchtet euch nicht denn sie ich verkündige euch große Freude die dem ganzen Volk widerfahren soll denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter der Erlöser geboren welcher ist Christus der Herr und das sei für euch das Zeichen ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt in der Krippe liegen und und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher an die lobten Gott und sprachen Herrlichkeit oder Ehre ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohl gefallen und es geschah als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren da sprachen die Hirten zueinander lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen die geschehen ist die der Herr uns verkündigt hat und sie gingen eilend hin und fahnen Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend was machte dieses Lied aus Ehre sei Gott in der Höhe Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen Gottes Wohl gefallen jetzt war das was geplant war das war was im Schatten durch die Jahrtausende durch das Opfer im Voraus gesagt wurde das wird jetzt Realität der Himmel vereint sich mit den Menschen in Christus und das macht die Engel die in diesen Plan versuchen hinein zu schauen überaus glücklich und sie beschreiben diese Einigkeit die da plötzlich entsteht Ehre sei Gott in der Höhe Herrlichkeit bei Gott in der Höhe das heißt da ist Freude im Himmel und Frieden werden unter den Menschen nach Gottes Wohl gefallen so hier in der Geburt des Heilandes wird das jetzt vollzogen diese Verbindung und sie ist ein Grund großer Freude großer Freude für die Engel die Engel verstehen etwas mehr von der Tiefgreifigkeit der Ablehnung die Gott gegen die Sünde haben weil sie leben ja in seiner Gegenwart und sie sehen es ja und sie freuen sich dass jetzt es zur Vollendung zur ja Vollziehung des Planes kommt er ist jetzt nicht mehr im Schatten es kommt langsam in die Realität der Heiland ist geboren die Vereinigung zwischen Gott und dem Menschen ist da und dafür geben sie Gott in der Höhe die Ehre und sagen ihr Menschen freut euch denn der Friede kommt zu euch zurück wir finden denselben Ausdruck der Freude und der Erwartung bei dem Simeon und der Anna die im Tempel dienen und diese Texte die der Simeon gesagt hat der Maria und dem Josef haben mich letztes Jahr auch viel beschäftigt und ich habe so manche Predigt darüber gehalten ich lese im Kapitel 2 ab Vers 25 und sie es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen dass er den Tod nicht sehen werde bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hinein brachten um für ihn zu tun was der Brauch des Gesetzes verlangte dann nahm er es auf seine Arme lobte Gott und sprach nun Herr entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort denn meine Augen haben dein Heil gesehen dass du vor allen Völkern bereitet hast für wie viel vor allen Völkern für die ganze Menschheit ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel und Josef und seine Mutter wunderten sich über das was über ihn gesagt wurde und Simeon segnete sie und sprach zu Maria seiner Mutter siehe dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vielen in Israel und zu einem Zeichen dem widersprochen wird aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden da war noch die Hanna und ich nehme den Vers 38 auch dies trat zu derselben Stunde zu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen die auf die Erlösung warteten in Jerusalem so da ist auch bei den Menschen eine Erwartung und ihr seht welche Freude der Simon zum Ausdruck bringt dass er jetzt die Erfüllung seines Glaubens sieht er hat den Heiland in seiner Hand seinen Erlöser Er sieht es und jetzt sagt er jetzt kann ich in Frieden sterben jetzt jetzt ist es erreicht jetzt kommt das Heil jetzt ist es erfüllt in der Vereinigung zwischen Gott und Mensch und er preist Gott und er weiß vieles über den Erlösungsplan dieser Simeon dieser Mann Gottes er ist nicht einer der Leiter in Israel er ist ein Mensch man könnte sagen der vielleicht so wie die Hirten nicht im Zentrum steht der Öffentlichkeit aber er ist in einer Verbindung zu Gott und ihm hat der Geist Gottes offenbart dass er sehen wird den Heiland bevor er stirbt und er ist so glücklich und sagt jetzt jetzt ist alles gut jetzt kann ich in Frieden gehen weil ich habe das Heil gesehen dieser ist ein Heil das du bereitet hast vor allen Völkern für alle Menschen ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel oh da ist viel drin da könnte man stundenlang darüber sprechen über diese Vereinigung die der Simeon der Simeon verstanden hat und wie er diesen diese Erlösung beschreibt ein Licht als Licht muss die Finsternis unseres Geistes erleuchten muss die Finsternis wegnehmen sehen dass wir in der Lüge und dem Selbstbetrug in der Selbstzerstörung sind und er kommt uns davon zu befreien und er ist nicht nur für das Volk Israel er ist für alle Völker er ist für die Heiden das Licht und für die Israeliten für sein Volk ist er die sozusagen die Verherrlichung die Bestätigung ihres Glaubens die die aus das der Spiegel sollte sein ihres Wesens weil die Verherrlichung ist ein eine ein Ausdruck über den Charakter des Volkes und Simeon versteht auch dass Christus sterben muss er versteht auch dass die Lösung nicht eine ist die physisch ist sondern eine geistige deshalb kann er der Maria im voraussagen dass auch sie eine Not haben wird weil leider hatte sich der Glaube über das kommen des messias so in den köpfen der menschen eingenistet dass sie auf ein physisches auf ein sogenanntes äußeres reich reich gottes warteten nicht auf ein inneres zuerst dass das herz ändern muss dass die verbindung wieder herstellen muss und dann anschließend kommt das physische reich und sie werden in der prophetie als beide beschrieben und sie haben mit ihren blindheit nur die eine seite gesehen und so warteten sie auf eine physische erlösung aber der simon sagt dass das herz der menschen die damit aus vielen herzen die gedanken geoffenbart werden der simon spricht weil der geist gottes hat ihn so gelenkt und belehrt er wusste christus kommt um ein geistiges reich ein reich im herzen des menschen zu richten weil dort ist die not bevor das herz nicht verändert wird hat es keine sehne ein irdisches reich aufzurichten ich gebe das beispiel manchmal wenn man menschen nimmt die gewohnt sind in unordnung zu leben in schmutz und in ja in unsauberkeit und man würde sie versetzen in ein sauberes umfeld in ein paradiesisch umfeld dann würde dieses nicht lange halten es würde in einer gewissen zeit zu der selben unsauberkeit wie es vorher war deshalb ist es entscheidend zu verstehen dass die herzensänderung vor der äußeren änderung stattfinden muss und so hätten die juden sich nicht betrügen lassen dann hätten sie gewartet auf einen messias der ihr herz verändert aber sie warteten auf einen messias der ihr land verändert sie hat nicht verstanden dass das herz das problem ist aber der simeon dieser einfache mensch der sich vom geiste gottes belehren hat lassen dieser konnte in kurzen worten die ganze aufgabe des messias zusammenfassen er ist er kommt er ist geboren um eine auseinandersetzung ein stein des anstoßes zu sein und er wird viele erheben und viele werden fallen weil man hat falsche erwartungen aber das ganze geschieht damit das innere im herzen hervorkommen das herz braucht die erlösung unser geist braucht die erlösung bevor die leibes erlösung kommen kann bevor gott uns in himmel bringen wird muss unser herz dem himmel entsprechen ist doch selbstverständlich wir würden aus dem himmel genau das machen was wir auf der erde machen wir hätten dieselbe Einstellung wir würden das ganze beschmutzen und es wäre ein niemands Ende deshalb umfasst der Erlösungsplan er hat diese zwei Schritte weil da die Sünde im Geiste ist da die Sünde in der Moralität des Menschen liegt deshalb kann auch ein Tier nicht sündigen weil es hat keine Moralität es hat keine Verantwortung auch wenn es einen Geist hat da wir in die Verantwortung gesetzt worden sind muss zuerst unser Herz verändert werden bevor wir mit Gott wieder in Verbindung treten können deshalb werden wir erst Gottes Angesicht sehen wenn wir umgewandelt sind in das komplette Ebenbild Jesu nach seiner Auferstehung erst dann werden wir ihn sehen können und das nur ein bisschen am Rande für die Menschen die eigentlich mal behaupten der Gott der Vater wird auch kommen das zweite Mal auf diese Erde Gott der Vater kommt durch Christus aber die Erde würde komplett vernichtet werden wenn der Vater sich ernähren würde weil seine Haltung gegenüber der Sünde ist nicht erträglich wir können uns das nicht vorstellen seine Heiligkeit und seine Abneigung zu Sünde deshalb kommt der Sohn Gottes als Stellvertreter Gottes und des Menschen er kommt als zweiter Adam und er lässt die Erde noch so viel bis wir dann in Himmel kommen und dort können wir die Herrlichkeit des Vaters sehen dort können wir kommunizieren ohne Erlöser ohne dazwischen weil die Erlösung ist für uns vollzogen worden wir können wieder als Menschen als komplett wiederhergestellte eins sein mit Gott willst du das willst du dieses Angebot Gottes seines wunderbaren Lösungsplanes annehmen wir werden und wollen eintauchen in diese Geschichte unseres Heils und wir wollen sie betrachten und wollen uns darin verändern innerlich diese innerliche Veränderung kommt nach außen und wenn sie vollendet werden wir verwandelt bei der Wiederkunft Jesu in das Ebenbild unseres Heilandes wir werden so wie wir Adams Natur getragen haben so wie wir alles geerbt haben von Adam so werden wir jetzt alles erben von unserem Heiland und wir werden so sein wie er bei seinem Kommen wenn in unserem Herzen die Vollendung die Wiederherstellung stattgefunden hat ich möchte ein wenig eingehen auf das erste Kapitel in Lukas ich habe es öfters gelesen und es ist eines der Kapitel über die man nicht eine Lektion machen kann sondern vielleicht mehrere ich will keine Zahl nennen es beschreibt in der Geschichte den wenn man so will den Erlösungsplan wir haben hier es beginnt im Tempel der Engel erscheint dem Zacharias mit einer Botschaft und diese Botschaft ist eine eine wunderbare Botschaft in Vers 13 Kapitel 1 fürchte dich nicht Zacharias denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen denn er wird groß sein vor dem Herrn weil ein starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon vom Mutterleib an und viele von den Kindern Israel wird er zu dem Herrn ihrem Gott zurückführen und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten was der Engel hier sagt ist die Zusammenfassung der Verheißungen über den Vorgänger des Messias natürlich können wir uns fragen warum ein Vorgänger warum ein Vorbereiter weil auch das ist notwendig dass jemand denn die Ankunft Jesu sein Werk initiiert vorbereitet weil das Licht der Welt sollte langsam wachsen und Gott hat es so eingerichtet dass einer kommt der den Messias ankündigt genauso wie es eingerichtet hat dass bevor Jesus kommt er ein Volk hat dass die Erde dass die Menschheit vorbereitet das heißt dass niemand kommen wird dass niemand unvorbereitet sein wird wenn Jesus kommt wisst ihr das niemand wird unvorbereitet sein bei Jesu Ankunft ist jeder vorbereitet entweder ihn zu sehen und zu empfangen oder ihm zu widerstehen sie sind alle reif die guten und die schlechten es gibt niemanden mehr der zur Vorbereitung vorhanden wäre jeder hat seine endgültige Wahl getroffen und so war der Johannes gerufen um in seinem Volk in Israel das ja so abgefallen war eine Erweckung zu bringen und der Engel sagt dem Zacharias diesem gläubigen Mann der ja gerecht vor Gott wandelt der all diese Dinge kennt und er hätte das alles erkennen können weil es war ja es war ja für ihn als Gelehrter als Kenner der der Schrift und der Wahrheit etwas Selbstverständliches dass er das versteht was der Engel sagt er spricht ja nicht zu einem Fremden er spricht nicht zu einem der die Dinge nicht kennt und der Zacharias sprach zu dem Engel woran soll ich das erkennen der Zacharias zweifelt er meint vielleicht die Verheißung ist zu groß er fragt nicht wie soll das geschehen lehre mich sondern er setzt die Worte des Engels in Zweifel und ich finde es schon phänomenal wie der Engel hier reagiert er sagt woran soll ich das erkennen denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist ein in fortgeschrittenem Alter hatte der Zacharias nie die Geschichte seines Vorvaters Abraham gelesen wie der Isaac geboren wurde war sein Glaube nicht gestützt auf die Schrift auf die Tora dort war doch die Geschichte des Abrahams drin ihr seht eins ist es Dinge zu kennen und alles ist es Dinge zu tun Dinge zu begreifen wenn sie einen persönlich betreffen und der Engel sagt ich bin Gabriel der vor Gott steht und bin gesandt zu dir zu reden und diese frohe Botschaft zu bringen und siehe du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag an dem dies geschehen wird weil du meinen Worten nicht geglaubt hast die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit nun da die Erfüllung dieser Worte nicht nur abhängig war von Zacharias allein sondern auch von seiner Frau und da beide ja gläubig waren wird die Verheißung nicht weggetan aber dieser man könnte sagen kleine Zweifel wobei für einen Mann der gestanden ist im Werk des Herrn ein kleiner Zweifel ein großes Problem ist wird mit einer Strafe mit einer Konsequenz versehen auch das wiederum zu helfen dem alten Mann und ihn frei zu machen von seinem Unglauben und sicherlich auch für die die da standen da draußen so die der Engel kommt und er ist der Vorgänger er sagt Christus kommt und davor kommt dein Sohn er soll ihm den Weg bereiten und im Kontrast zu dem Unglauben des Zacharias steht der Glaube der Maria und ich fand es faszinierend wie der Engel mit Maria umgeht im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galileas namens Nazareth gesandt so sechs Monate später zu einer Jungfrau die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids und der Name der Jungfrau war Maria und der Engel kam zu ihr herein und sprach sei gegrüßt du Begnadigte der Herr ist mit ihr du gesegnete unter den Frauen als ihn aber sah schrackst über sein Wort und brachte darüber nach was das für ein Gruß sei und der Engel sprach zu ihr fürchte dich nicht Maria denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben Maria aber sprach zu dem Engel wie kann das sein da ich von keinem Man weiß so hier haben wir jetzt den anderen Teil da ist die alte Frau und hier ist die junge Frau die von keinem Mann noch weiß die Jungfrau ist und sie soll jetzt gebären und der Engel antwortete und sprach zu ihr der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten darum wird auch das Heilige das geboren wird Gottes Sohn genannt werden und sie Elisabeth eine Verwandte hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie die vorher unfruchtbar genannt wurde denn mein Gott ist kein Ding unmöglich Maria aber sprach siehe ich bin die Macht des Herrn mir geschehe nach deinem Wort und der Engel schied von ihr jetzt haben wir hier eine junge Frau junge Dame eine Jungfrau man könnte sagen ein junges Mädchen und zu ihr kommt der Engel und er kommt mit einer Botschaft die genauso unglaublich ist wie die an den Zacharias und sie fragt nicht woran soll ich das erkennen sondern sie sagt wie soll das geschehen sie ist sie fragt sich nach der Art und Weise wie das geschehen soll und sie ist jung sie ist unerfahren und der Engel stärkt ihren Glauben indem er ihm erklärt wie das geschehen soll und nachdem er das erklärt um ihren Glauben festzumachen gibt er ihr das Beispiel von Elisabeth und er sagt denn bei Gott ist kein Ding unmöglich so vertraue ich und die Maria vertraut sie fragt jetzt nicht mehr weiter sie sagt mir geschehe wie du gesagt hast siehe ich bin die Sklaven des herrn mir geschehe nach deinem wort der der eine ist erfahren und sollte glauben können und sollte die dinge wissen aber er versagt dem glauben der andere ist jung und unerfahren und er hat seine frage wie es geschehen soll ich denke diese frage ist berechtigt sie hat nicht einen zweifel in sich dass es passieren soll weil dieser versuchte nach einem zeichen woran soll ich erkennen sie fragte nach einem prozess und da war der engel gab will ich das zu erklären und ihren glauben zu stärken und sie gewann und ich finde das schön wie dann als die Maria und die Elisabeth sich treffen es hervorkommt wie sie sagt im Vers 45 und glückselig ist die geglaubt hat denn es wird erfüllt werden was ihr vom herrn gesagt worden ist glückselig bist du die geglaubt hat unsere zeit der betrachtung ist zu ende die lektion ist aber bei weitem noch nicht durch genommen weil die fülle des materials noch nicht ja man hat nicht die möglichkeit in der zeit so viel durch zu sehen dennoch möchte ich es nicht überziehen ich möchte dass wir zusammenfassen und nochmal klar werden was hier vor sich geht in an dem beginn der geschichte wir menschen sind gefallene wesen wir haben gott nicht gehorcht und sind gefallen und gott hat einen plan gemacht er hat ihm über die jahrhunderte erklärt und vorausgesagt dass dann wenn er in erfüllung gehen sollte in der realität jeder davon weiß und sich und sich darüber freut aber die zeit in der jesus kommt findet das volk nicht vorbereitet und nicht im glauben so macht er in seiner großen barmherzigkeit den plan dass es einen vorreiter gibt einen der das volk aufmerksam macht auf den messias einen der der dort steht seinen mann weil der weil jesus hatte nicht die aufgabe als er kam das zu tun was johannes der täufer getan hat er sollte das werk fortsetzen aber in einer anderen art und weise so hat gott das so gemacht und alles im voraus geplant damit der mensch jahres versteht und sich dem jahre hingibt aber der mensch hat es verpasst die leute haben es nicht gesehen außer einigen die dann auf die stimme des johannes und dann auf jesus gehört haben es ist mir wichtig dass wir verstehen dass wir einen erlöser brauchen dass wir ohne ihn keine chance haben wieder in die verbindung mit gott zu kommen und auch nicht gereinigt werden können in unserem herzen es muss praktisch sein und in diesen zwei beispielen der maria und des zacharias zeigt uns dass der eine ungläubig ist und der andere gläubig nicht ganz ungläubig aber ich finde das vorgehen des engels sehr sehr wichtig für uns eine warnung für uns die wir ja mit gott eng gehen dass wir dem unglauben keine chance geben dass wenn uns gott zu einer aufgabe ruft wir nicht fragen woran soll ich jetzt das sehen sondern sagen wie die maria wir stehen zur verfügung wo auch immer du uns stellst da wollen wir gehen das wollen wir tun hier in diesen zwei beispielen wird uns ein eine botschaft gegeben des glaubens und des unglaubens wir wollen von denen sein die da glauben wir wollen von denen sein die das wort annehmen und umsetzen weil wir von denen sein wollen von denen die Welt das Licht empfängt das Licht seines kommens möchte beenden mit dem Lobpreis des Zacharias weil er ist bezeichnend wir könnten alle Texte nehmen die über die Arbeit des Heilandes sprechen aber hier sagte Zacharias so und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt weil er sagte und sprach gepriesen sei der Herr der Gott Israels denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David wer es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten die von Alters her waren Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller die uns hassen um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund an den Eid den er unserem Vater Abraham geschworen hat uns zu geben dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens und du Kindlein bist ein Füsten genannt werden dann wirst von dem Angesicht des Herrn her gehen um seine Wege zu bereiten um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden und die herrlich und der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes Willen und durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe um denen zu scheinen die in Finsternis und Todesschatten setzen um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zum Tage seines Auftretens vor Israel der Zacharias spricht nicht nur von seinem Sohn dem Propheten sondern er spricht von dem Heil er spricht von Christus von und er sieht in seinem Sohn den Vorgänger des Ganzen er hat zurückgefunden man so will zum Glauben er war ja nicht ja ich sage es war eine Kleinigkeit man könnte es fast vergleichen mit dem Unglauben des Moses in einem Augenblick in der Wüste als er den Felsen schlug es war nicht eine Abkehr von Gott es war eine Unachtsamkeit ja dennoch hatte sie Konsequenzen weil wir müssen in allem achtsam werden und hier steht dass wir erlöst werden aus der Hand unserer Feinde und ihm dienten ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens ja das ist eine große Weissagung die Zacharias hier sagt über die Aufgabe Christi über die Erlösung des Menschen und über die Aufgabe des seines Sohnes des großen Propheten der von Christus als der Größte genannt wurde Johannes der Täufer auch wir sind und leben in der letzten Zeit auch uns und als Volk nicht als Einzelperson sind wir gerufen diese Botschaft der Vorbereitung auf sein Kommen zu geben wir werden es nicht tun können werden wir nicht leben mit Christus wird unser Leben nicht vereint mit dem Seinen werden wir es nicht schaffen deshalb wollen wir in diesem Quartal uns um das Leben Jesu kümmern wie es für uns gelebt ist und wie wir als Menschen das Leben Jesu in uns aufnehmen wie wir davon profitieren sage ich wie wir verändert werden daraus und wir wollen verstehen die Zeit in der wir leben dass es von der Vorbereitung des Vorgängers abhängt ob Jesus kommen kann er will kommen aber wenn er niemanden hat zu schicken dass er die Welt vorbereitet wenn die Welt kein Maßstab der Gerechtigkeit Gottes vor ihnen hat damit sie endgültig entscheiden kann für ihn oder gegen ihn wie soll das geschehen Christus wieder kommen genauso wie Gott vorbereitet hatte dass der Johannes der Teufel den Weg für Christus bereitet genauso wie das bei seinem ersten Kommen ein Zusammenspiel war zwischen dem Menschen und Gott so wird auch sein zweites kommen ein Zusammenspiel sein zwischen der Aufgabe der Gemeinde zwischen der Aufgabe der treuen Seelen und der Vorbereitung der Welt auf das Kommen Jesu die Welt kann sich nicht vorbereiten hat sie kein Maßstab hat sie nicht ein Vorbild und das ist sein Volk seine Gemeinde dazu hat er uns mich und dich berufen willst du dieser Aufgabe folgen willst du im Glauben sie annehmen und sagen ja Herr hier stehe ich mir geschehe wie du willst wie du gesagt wort ich suche mir nicht meinen Platz aus wo ich wirken soll ich warte bis Gott mich an die Stelle stellt wo ich weiß das ist mein Platz gegeben von Gott und hier erfülle ich meine Pflicht als ein Licht so dass sich an mir an meinem Wesen der Mensch entweder zu Gott oder gegen Gott entscheiden kann eine hohe Aufgabe ist es nicht eine hohe Verantwortung Johannes ist dir gerecht geworden willst du ihr auch gerecht werden ich möchte es ich ringe dazu im Gebet und bitte um Glauben und Treue und dazu ruft uns dieses Studium an unser Herz muss umgewandelt werden in das Ebenbild wir sollen in Treue und Gerechtigkeit Gott nachfolgen und dienen das ist warum wir das Leben Jesu jetzt studieren und wir wollen es aus der Perspektive tun was bringt es meinem Alltag meinem Leben wie verändert es mich nicht um meinet Willen sondern um der Aufgabe Willen in welche die Gemeinde du und ich gestellt sind nämlich vorbereitet zu sein in in diesen letzten Tagen dieser Welt Geschichte unseres Heilandes wir sind nicht gerufen um unser Willen zu leben wir sind gelufen dass wir unsere Aufgabe um der anderen Willen um Gottes Willen erfüllen Johannes hat sich nicht zu Gott gekehrt und hat nicht gewandelt und war stark im Geist damit es ihm letztendlich gut geht ja auch das ist eine Folge seines Handelns aber wir und er wurde gerufen um einen Dienst zu tun unsere Aufgabe sollte in der Verantwortung vor der Menschheit stehen nicht ich bin erlöst oder nicht nicht ich bin Christus ist für mich gestorben und das hat es das ist eine Fehlsache wir sind gerufen ein Licht zu sein ein Salz der Erde wir müssen etwas in dieser Welt einen Unterschied machen etwas verändern etwas bewegen nicht auf politischer Ebene sondern auf Charakterebene deshalb möchte ich und ich bitte Gott dass er uns dieses Studium so praktisch wie möglich macht dass wir den Glauben lernen dass wir lernen wie unser Herz gereinigt wird damit die Welt an uns erkennen kann dass wir Gottes Kinder sind und die Vorbereitungen auf sein kommen abgeschlossen werden indem sich jede Seele am Gottes Volk endgültig entscheidet ob es Gott liebt oder zu Gott kommt oder sich von Gott abwendet in diesem Sinne hoffe ich wir nehmen unsere Aufgabe ernst und wir vertiefen uns in dieses Studium des Lukas Evangeliums um daraus die kostbaren Perlen der Wahrheit zu nehmen die uns einen festen Grund auf unseren Füßen stellen dass wir stehen mögen am Tage seines Kommens und die Einladung bekommen du warst in geringem treu komm geh ein zu deines Herrn Freude ich will dich über große setzen Amen